Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Black Ops Cold War Video. Heute wieder mit der MP5, allerdings heute auch mit der ersten Folge Road to Nuclear in Black Ops Cold War. Ich habe euch ja versprochen, dass diese Serie starten wird und ich werde das Ganze auch auf jeden Fall durchziehen. Und natürlich braucht man auch eine starke Waffe und ich habe mir kein geringeres Klassen-Setup ausgesucht, als die MP5-Klasse von Optics Camp, wirklich eine absolute Call of Duty-Legende. Und ich kann euch wirklich nur sagen, dieses Klassen-Setup ist wirklich absolut brutal. Im Endeffekt ist die MP5, glaube ich, auch ohne Aufsätze brutal. Damit sind wir natürlich heute in den Lobbys unterwegs. Ich zeige natürlich auch das Klassen-Setup dazu im Verlauf des Videos, deswegen bleibt gerne dran. Bevor wir jetzt rein starten, wenn ihr neu seid und ihr keine Black Ops Cold War Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns in der Runde. Let's go. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt extrem konzentrieren. Ich habe heute auch ein bisschen verschlafen, deswegen sehe ich auch ein bisschen, ja, schwierig aus. Uff, mittlerweile müsste wirklich jedem bekannt sein, dass die MP5 wirklich absolut overpowered ist. Ich denke mal, sie wird auch die nächsten Monate auch wirklich um einiges gepatcht, weil die Waffe halt auch einfach wirklich viel zu stark ist. Aber, okay, aber so lange sollte man natürlich das Ganze noch ein bisschen ausnutzen, damit man, ja, irgendwie noch ein bisschen heftige Gameplays erspielen kann. Uff, diese Waffe ist wirklich gut. Okay, blutlünstig. Es gibt ja aktuell eigentlich nur so drei, vier Waffen, die wirklich jeder spielt. Und das sind eigentlich die MP5, die M16 und natürlich auch als Secondaries jeder eigentlich gefühlt spielt, einfach mit Shotgun, weil diese Waffen halt im Nahkampf wirklich absolut total sind und auch wirklich nur absolut unfair sind. Oh, no, was? Da wäre ich, ich wäre direkt gequittet. Ich glaube trotzdem, dass es wirklich ein extrem heftiger Grind wird, dieses Jahr auf Nuklear zu spielen, aber ich werde halt trotzdem einfach alles geben, weil ich habe gesehen, es ist möglich, Call of Duty hat dieses Jahr wirklich ein sehr, sehr nice Call of Duty erschaffen. Okay, da wird einer kommen. Nice. Okay, wir sneaken uns jetzt einfach mal hier. Es gibt natürlich so ein, zwei Kleinigkeiten, die dieses Jahr jetzt nicht unbedingt so nice sind beziehungsweise einfach gewöhnungsbedürftig sind und das sind halt einfach auf einmal das Streak-System beziehungsweise natürlich auch die Waffen, die jetzt vielleicht ein bisschen zu stark sind, aber allgemein muss ich sagen, das Balancing von den Waffen ist wirklich perfekt gelungen. Kurz gesagt, man kann halt einfach mit jeder Waffe auch Nukes und sowas spielen. Ah, belastend. Matchmaking war ja vor dem Release eigentlich noch so ein wirklich großes Thema, aber jetzt muss ich sagen, seitdem das Game draußen ist, das Matchmaking ist wirklich so gut wie perfekt gelungen. Natürlich ein paar Leute haben bis jetzt trotzdem immer noch ein sehr, sehr schlechtes Matchmaking, allerdings weiß ich auch nicht, wo dann das liegt, weil meine Lobby sind eigentlich... Genau, meine Lobby sind eigentlich auch wirklich sehr, 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 sehr gut gebalanced. Ich habe natürlich auch ab und zu Runden, wo ich komplett auf den Sack bekommen, aber die meisten Runden sind einfach, ja, wirklich angenehm. Man kann auch deutlich seine Streaks erreichen, obwohl man da eigentlich auch nicht mehr wirklich extrem schwitzen muss, weil man sie ja auch einfach geschenkt bekommt, die Streaks gefühlt. Okay. Der ist halt wirklich der einzige Mensch, der die ganze Zeit da kämmt. Nein. Was? Ich habe noch nie so schnell ein Kriegsmachin-Magazin einfach leer geschossen. Ach, schade. Am Anfang der Runde lief es wirklich gut, aber jetzt so gegen Ende haben die Gegner auch irgendwie mittlerweile irgendwie alle Streaks, weil sie halt auch einfach sie am Ende der Runde einfach so leicht bekommen. Und deswegen muss man versuchen, auch schon wirklich, wenn man auf Nuklear geht, irgendwie so ein bisschen aggressiver zu spielen. Oder man hat halt wirklich Glück und die Gegner schaffen es halt nicht mal, ihre Streaks zu erreichen. Nein. No way, wie habe ich das überlebt, Digga. Was machen die? Aber auf jeden Fall, der Aufsatz, den ich am Start habe, der ist wirklich sehr, sehr nice. Aufsatz sorgt dafür, dass ihr quasi, wenn ihr jetzt auf einem Gegner zielt, beziehungsweise in die Richtung von einem Gegner zielt, einfach auch einen Punkt über den Gegner angezeigt bekommt. Ist auf Maps die Satellite wirklich sehr, sehr overpowered. Ich meine, der Sinn der Serie ist halt auch eigentlich nicht da, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit einfach jede Runde gefühlt einfach einen Nuk macht, sondern in der Serie soll es eher darum gehen, dass man halt einfach diesen Grind hat bis zur Nuklear, weil ich weiß, ich bin auch wirklich nicht der allerbeste Spieler. Ich bin jetzt kein schlechter Spieler, aber ich will einfach gucken, ob ich es irgendwie langfristig hinbekomme, einfach irgendwie besser... Hätte ich einfach gemessert. Ich will einfach mein Bestes geben und versuche irgendwie am Ende des Jahres einfach mindestens eine Nuk irgendwie erreicht zu haben. In MW, was ein Game ist, in dem es halt wirklich ein absolut schlimmes Matchmaking gibt, habe ich es auch irgendwie geschafft, zwei Nuklears zu erspielen. Ich weiß zwar bis heute immer noch nicht, wie ich das Ganze geschafft habe, aber wir haben es trotzdem zweimal geschafft, dort einen Nuk zu erspielen, einmal auch im Stream. Deswegen werde ich dieses Jahr auch wieder komplett auf die Nuklears schwitzen. Bro, hat der einfach seine Telefonnummer dahin geballert? Ist das eine Telefonnummer? Hä? Nein, er ist nicht tot. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Waffe ist einfach göttlich. Nein. Ich muss erstmal hier weg. Ich muss erstmal chillen. Die spielen gerade so komisch, die Gegner. Okay, wir gehen da hin. No way. Digga, was? Okay. Digga. Ja. Wenigstens nicht gestorben. So, ich zeige euch jetzt erstmal das Klasse-Setup für die MP5 von Optics Gump. Ihr habt gesehen, es ist wirklich ein absolutes Biest. Ich habe zwar noch ein bisschen Pech gehabt in den Runden, aber man konnte trotzdem sehen, dass diese Waffe wirklich absolut brutal ist. Das muss ich glaube ich auch keinem erzählen. Jeder weiß, dass die Waffe wirklich die absolute Meta ist. Beim Visier spielt ihr das Ganze ohne Aufsatz. Natürlich, wenn ihr jetzt unbedingt einen Rotpunkt Visier braucht, könnt ihr das natürlich immer noch draufpacken. Bei der Mündung haben wir den Mündungsfeuerdämpfer 9. Das ist das zweite, was man freischalten kann. Beim Lauf der 9,5 Zoll schweren, verstärkten Lauf. Das ist das dritte, was man freischalten kann. Dann bei Körper haben wir den SOF-Zielmarkierer. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn quasi, wenn ihr in die Richtung von einem Gegner zielt, ihr seht ihn nicht unbedingt, wird allerdings über eben ein roter Punkt angezeigt, was auf Maps wie Satellite wirklich sehr, sehr vorteilhaft sein kann. Beim Unterlauf benutzen wir den Vordergriff, was das erste ist, was man freischalten kann. Dann beim Magazin das Stunk 50-Schuss-Magazin. Theoretisch habt ihr auch die Möglichkeit, das letzte Magazin zu nehmen. Das lädt natürlich noch ein bisschen schneller nach. Allerdings, wenn man jetzt mehrere Gegner vor sich hat, ist es vielleicht ein bisschen vorteilhaft, nochmal 10 Schuss mehr im Magazin zu haben. Beim Handgriff benutzt ihr das Tempo-Tape, was das erste ist, was ihr freischalten könnt. Und beim Schaft benutzt ihr den Ausfahrschaft, auch das zweite, was ihr freischalten könnt. Und das ist das Klasse-Setup von OpticsCamp. Er hat das mal im Video gezeigt, beziehungsweise er spielt das auch immer noch so. Natürlich gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, wie man diese Waffe spielen kann. Testet gerne diese Klasse, gebt mir ein Feedback dazu. Und ja, wenn ihr keine Videos dazu verpassen wollt, wie gesagt, lasst ein Abon da. Und jetzt würde ich sagen, jumpen wir wieder ins Game. Let's go. Ich würde mir auch echt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Prestige-System bis jetzt in Black Ops Code drauf findet. Im Endeffekt, am Ende der Season wird vermutlich auch jeder einfach maximales Prestige sein, weil es auch jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr so schwer ist. No way. Erstmal healen. Okay, wir sind glaube ich auf gar nicht so schlechter Streak aktuell. Ach, der Geil, er macht zu Auge. Schade, 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 schade. Ich glaube, wir waren echt auf einer halbwegs guten Streak. Ich weiß jetzt auch nicht genau, welche Streak wir hatten, aber ja, war ein guter Trial. Ah, sie machen Sorge auf mich. Neuner Streak. Okay, ich muss jetzt wirklich auch extrem vorsichtig sein, wie ich spiele. Ich habe meine Lust, jetzt direkt wieder auf neuner Streak einfach zu sterben. Okay, Kriegsmaschine. 11, 12, nein, 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 von wo, von wo, von wo, von wo. So, das war es auf jeden Fall von der ersten Folge Road to Nuclear mit der Optik-Scamp-Klasse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ja, das gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne eine Klasse in die Kommentare, mit der ich auch nochmal auf Nuke gehen könnte. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das wäre es mir. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.